Wir haben dort verschiedene Tierpärchen aufgestellt, die gerade kopulieren. Es geht um Sex und es geht aber auch um Evolution und vor allem, was diese beiden miteinander zu tun haben. Und das klären wir in der Ausstellung, was hat Evolution mit Sex zu tun. Ich denke, ich lasse. Vielen Dank.